Ich bin die Mauer von der Mount Everest, du musst dir von der Zugspitze weg. So Jungs, komm mal kurz zur Shisha-Kunde. Kunde? Mit dem Kunde? So Jungs, wir gehen mal kurz in Fullcam, um kurz das System zu erklären. Gehen wir mal kurz rein. Shisha-Kunde. Genau, es gibt Funnel, ganz normal hier Funnels, so wie den hier. Oder den, das hier ist jetzt die Khalifa-Bowl, das ist glaube ich irgendwas Russisches, irgendwas Russisches, dann haben wir hier ein ganz normales Steinkopf, mit dem haben wir auch schon viel geraubt und jetzt gibt es hier Unterschiede, es gibt dann für diese Funnels, was eigentlich auch ganz gut läuft, gibt es diese Kalut Smokebox, da könnt ihr eigentlich viel falsch machen, ich zeige euch gleich, wie man so einen Kopf baut. Was? Dann kann ich noch kurz nehmen, hier sehen die das und sehen dich. Perfekt. Oh ja, so ist es gut, oder? So, jetzt kannst du dann schon starten. So, ne? Auf so einen Funnel müsst ihr gucken, ob da diese Kalut Box drauf passt. In der Regel passt die fast auf jeden Funnel, den ihr so kriegt. Hier bei der Kal... Ah fuck, ist der Kopf heiß. Hier bei Khalifa, seht ihr das ganz gut, passt noch sehr sehr gut drauf, ne? Dann, was ganz wichtig ist, beim KS-Stein-Abo finde ich, ein Sieb rein zu machen und dann gibt es einen normalen Kaminaufsatz und da müsst ihr halt wirklich gucken, dass der Kaminaufsatz schön bündig drüber geht, ne? Viele machen den Fehler, dass der Kamin dann hier oben irgendwo sitzt, dann braucht der enorm viel Tabak. Besser ist es, umso tiefer, umso besser, wie beim... Oh mein Gott! Ne? Ihr wisst wo, ne? Meiner Meinung nach, aktuell, da könnt ihr gar nichts falsch machen, ne? Ist natürlich teuer, könnt ihr aber gar nichts falsch machen mit dem Laden. Ähm, wir haben aber das Problem so ein bisschen, aber vielleicht weil wir auch ständig zu zweit dran schnorcheln, dass wenn wir hier zwei Kohle rein machen, ist es zu wenig, machen wir drei Kohle rein, ist es zu viel. Wenn ich jetzt bei mir alleine daheim ab und zu meiner Tour stampfe, dann geht es klar. Ne? Ne? Was für mich aktuell das Nonplusultra ist, zum Rauchen. Dann, ihr sucht euch, egal was jetzt, ne? Hier keine Werbung, irgendeine Bowl raus und Funnel meine ich. Wir nehmen jetzt hier den Kalifa. Die Mia? Die Mia, Mia Khalifa nehmen wir jetzt hier und nehmen jetzt den Tabak von Smoker, den Orange, der ist stabil. Dann habe ich hier so eine Gabel, aber da könnt ihr ja nehmen, was ihr wollt, die Finger oder so, scheißegal. Klingen wir es ja heller, kannst du mal kurz Weiß oben hin machen bitte? Ja, du kannst die Keylights an. Sehr schön, ne? Ja, so ist es doch besser, Jungs. Also das ist der Tabak. Ist überhaupt noch jemand da im Chat? Ja, ja, ja. Ich wollte noch sicher gehen. Ich glaube, wie gut sind die Packs, da steht einfach gar nichts. Leere. Das ist das leere Pack. Und wir werden jetzt oben reingedrückt. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Oh, geile Camp. Da könnt ihr halt echt nichts falsch machen mit so einer Bowl. Mit so einem Funnel, sorry. So, jetzt sieht es so ein bisschen so, ein bisschen drüber aus. Das ist ein bisschen zu viel. Aber jetzt kommen die Gabel zum Einsatz. Und jetzt drücke ich das so schön. Muss es fest reingedrückt werden? So, nicht komplett Knall. Aber so ein bisschen auch aufteilen, ein bisschen schieben. Dies, das Ananas, dass es schon fest ist. Dann drückt ihr das hier so ein bisschen rein. Das Geile ist halt bei der Gabel, die passt da oben schön rein. Also, wir können schon viel falsch machen. Das ist eine spezielle Gabel. Ja. Pelzer, Adrian. Kopfport-Tutorial, Tipps und Tricks mit Timao. Beste. Danke für die 2 Euro, Meister. Ich bringe euch Kocher bei. Ich bringe euch Shisha. Der kann alles. Der kann alles. Ich bringe euch alles bei, Jungs. Dann hier am Loch, ne? Ist wichtig, das Loch muss geschmeidig frei sein, ne? Deswegen hier am Loch ein bisschen runterdrücken, dass sich auch später kein Tabakblätter lösen. Am Rand ein bisschen frei, so 5 Millimeter. Profis, habe ich gesehen, die stecken da noch was rein. Genau, das haben wir aber leider nicht, weil du sagst, aktuell wir ein bisschen sparen. Ja, Toni kommt bald, ne? Fest, aber mit einer Leichtigkeit, wie ein Italiener beim Pizza machen. So sieht's aus. Niklas, wir kommen da mit, Armin. Dann sieht das ganze Ding so aus, ne? Ja, Autofocus ist ja nicht an, ne? Ja, sieht das ganze Ding so aus. So, und jetzt kommt der Clou. Jetzt könnte man einfach sagen, der baut den hier auf Noppenkontakt. Noppen sind die Teile hier unten, ne? Legt den hier drauf und dann merkt der das schon, dass er so leichte Berührung hat, ne? Und deshalb rutscht ihn dann halt schnell, ne? Ja, es geht. Also geht schon klar, aber halt für uns zwei ein bisschen kritisch. Und jetzt kommt der Clou. Entweder ihr nehmt euch Panzer-Alufolie oder ihr nehmt normale Alufolie vierlagig. Macht eine ganz normale Rundlochung. Ich weiß nicht, ob man es hier gut sehen kann. Ja, sieht man, ja. Sieht man, ne? Ja, ja, ja. Ihr spannt den Kamerad hier drüber. Zieht den richtig schön straff, wie wenn es ein Kondom über euren Penis wäre. Wie ein Kunde, der König ist. Ja. Dann sitzt es hier so einwandfrei drüber. Und dann nimmt er einfach nur noch das Sieb. So machen wir es jetzt. Legen das Sieb hier oben drauf. Also eigentlich dachte ich, das ist ja komplizierter. Theoretisch kenne ich auch genau, aber so ein Timo-Kopfbauer wie du. Ja. Damit. Weil damit kann man ja nichts falsch machen, oder? Ja, schon. Man muss vom Tabak her, also wie viel man nehmen muss und so, aber da kommt man schnell rein. Ja. Ne? Und dann geht das Ganze. Ey, meine Eltern sind neben mir. Ja, die sollen es wissen. Vermüdung ist ein wichtiges Thema. Dann gehen wir hier hin. Und damit ist die Berge schädt, Digga. Warum das Sieb? Dass nicht Knallhitze da drauf geht, ne? Dass nicht Knallhitze. Dass man noch ein bisschen Abstand hat. Und das war es zu dem Thema. Das war es. So einfach kann man den Kopfbauer. So einfach kann man den Timo-Kopf. Und so einfach zielt man Kunde, der König ist. Rauchen aber nur auf 18, genau. Bläh! Boah! Bläh! So, komm, wir können sogar in die Packs gehen, Digga. Ich lad mal auf. Also mein Tipp waren zwei Walkouts. Jetzt sind schon mal zehn Packs weg. Ach, du Scheiße. Das war wichtig, ja. Soll ich dir, Leise, du bist auch der größte Ankündiger. Ach, du Scheiße. Du bist auch der größte... Du kündigst gerade an, als ob du hier einen Koppel hinweg schießt. Ich wusste. Und was war denn das? Ja, war schon gut mit Druck. Hopp, hopp. Tschö Dav GI Po. Bach. Soll bei der K抵flung. Ich würde euch schiefen. Und das ist halt wie ich morgen change.